Wir laubern nochmal mit Hope Bitte hande irgendwelche Graviton-Körner zu Alissa. Unser Traum wird bald eine Realität sein. Wenn wir die neue Kokon-Körner aufbauen, werden wir die Kraftstoffe haben, die wir brauchen. Wir haben ja schon Graviton-Kerne, oder ist das eher Fragmente? Graviton, Graviton, Graviton. Wir hatten da auf jeden Fall schon mal ein bisschen was gesammelt, das stimmt. Die hatten wir auch aus Items bekommen, beziehungsweise aus Kapseln. Oder waren das Belohnungen für Monster? Graf an, wo wir es finden. Da haben wir auch die Quizmeister-Fragmente. Da haben wir es Beta und Delta. Wir haben sogar einen neuen. Ist natürlich auch eine Kategorie Graviton-Kerne. Schauen wir was Graviton-Kern-Delta ist. Die Spur des Helden. Das ist also Oerba, die Heimat von Fang und Vanille. Ich hätte nicht gedacht, dass ausgerechnet sie zu Kristall werden und ewig schlafen. Sie haben zwar schon Jahrhunderte lang geschlafen, bevor wir sie getroffen haben, aber ich kannte sie nur gesund und munter. Um sie zu befreien, muss ich stärker werden, viel stärker. So stark wie damals, als ich eine sie war. Ah ja. Und ich dachte wir... Gut, ich denke mal den haben wir in Oerba gefunden dann, wenn das so drin steht. Den Beta haben wir gefunden. Das war echt ein verrückter Traum. Das ganze Gerede über Portale, Artefakte und so weiter habe ich nicht wirklich kapiert. Aber ich werde den Teufel tun und Lightning widersprechen. Meine Reise wird wohl etwas länger dauern, als ich gedacht hatte. Aber Sarah und Kato werden das schon verstehen, oder? Bei um Snow, oder? Ach, keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall zwei Fragmente. Und ich schaue mal in die Rezeption oder zur Rezeption zurück, bevor wir einen Graviton-Kern abgeben. Ich will erst mal hören, was die Rezeption uns da zu sagen hat. Oh, wüsste ich. Hallöchen. Ah. Alyssa hat mir gesagt, dass Sie das alles über dich erzählt. Sie helfen uns zu finden, die Graviton-Kern. Ist das richtig? Und perfekt! Ich habe eine Nachfrage mit den letztensten Informationen. Diese Oer, wirklich nicht so wert? Oh, ja. Die Akademie haben alle Hälfte über die ganzen Welt zu suchen. Sie haben sich überall auf dem ganzen Ort. Aber sie haben nicht gefunden, eine Schade dieser Sachen. Hm. Aber according zu diesem lateste Daten, unsere Wissenschaft benutzen Resonanz zu identifizieren ein möglicher Deposit. Also haben wir eine definierte Ort, wo ein Team beginnen kann. Aber es ist einfach... Es ist einfach was? Na gut, es ist in einem anderen Zeitpunkt? Sollte ein Job für uns, gut. Hier, zeig mir das Daten. Bericht über Gravitonkern Euphor Ein Gravitonkern wurde auf Grand Pools in der Nähe von Neobodum geortet. Die Resonanzwahlen weisen auf das Jahr JS3 hin. Aus dieser Zeit gibt es keine Berichte über Gravitonkerne in der Gegend, woraus wir schließen, dass der Kern durch Raumzeit an der Morin verborgen ist. Reise durch die Zeit und besorge den Gravitonkern Euphor. Okay, also Neobodum, Jahr 3. Den holen wir uns doch. Oha. Würden wir das jetzt einmal aufschreiben. Einfach nur, um sicherzugehen, dass wir die Info gar nicht mehr bekommen. Das wäre natürlich blöd. Also, das erste Fragment ist ein Neobodum. Im Jahr 3. Dann hätten wir... Ein Gravitonkern wurde auf Grand Pools in dem Dorf Oerba gefunden. Zweites ist Oerba. Welcher ist denn das? Gamma ist das. Also das ist Alpha. Das ist Gamma. Oerba. Die Resonanzwahlen weisen auf das Jahr 200 hin. Also JS200. Zu der Zeit stand das Gebiet unter Aufsicht der Akademie. Aber vermutlich liegt der Kern um einen Platz, der für Menschen nur schwer zu erreichen ist. Reise durch die Zeit und besorge den Gravitonkernkern Gamma. Dann hätten wir einen Bericht über Gravitonkern Epsilon. Ein Gravitonkern wurde auf Grand Pools im Jaschas Massiv geordnet. Die Resonanzwahlen weisen auf das Jahr JS100 hin. Jawohl. Damit dürfen wir mal wieder ins Jaschas Massiv zurück. Im JS100. Das ist dann Epsilon. Epsilon. Okay, und dann fehlen eigentlich nur noch zwei. Gravitonkern Ceta. Ein Gravitonkern wurde auf Grand Pools in dem Dorf Oerba geortet. Die Resonanzwahlen weisen auf das Jahr JS400 hin. Also wieder Oerba. Diesmal im Jahr 400. Das ist fast in unserer Zeit, aber ein starker Paradox-Effekt hat das gesamte Gebiet erfasst. Deshalb unsere Forscher ihre Suche abbrechen mussten. Vielleicht gelangt ihr durch irgendein Portal in eine andere Zeit in die Nähe des Gravitonkerns. Reise durch die Zeit und besorge den Gravitonkern Ceta. Bericht über Eta. Ein Gravitonkern wurde in Cocoon im Auenvolt von Sunless geortet. Die Resonanzwahlen weisen auf das Jahr JS400 hin. Das ist fast in unserer Zeit. Trotzdem konnten unsere Forscher das Objekt bisher nicht bergen. Wir vermuten, dass Zeitanomalien den Zugang blockieren. Eventuell kann man durch eine Reihe von Zeitportalen zu dem Gravitonkern gelangen. Reise durch die Zeit und besorge den Gravitonkern Eta. Das ist natürlich auch gut möglich. Ich würde gerne leben, in einem Ort mit schönen, frischen Luft. Wir schauen noch mal zu Alyssa zurück. Wir können ja die zwei... Was ist mit dir los? Du, auch umgefallen? Komm, steh auf! Aufstehen! Okay, wir gehen zurück zu Alyssa und geben mal die anderen zwei Gravitonkerne ab. Vielleicht gibt es ja da eine Belohnung, die uns... Naja, die weiteren Gravitonkerne ein bisschen erleichtert. Gravitonkern Beta überreichen, jawohl. Ist das noch ein anderes Kluster? Oh, vielen Dank! Ich meine es! Okay, und Stolter überreichen wir auch gleich. Oh, das muss ja schwer sein zu finden. Wir werden es aber auch gut nutzen. So. Und sie hat sogar noch was zu sorgen. Hab ich dir gesagt? Der Direktor hat ein neues System inventiert. Ja. Die Akademie hat sich in der Entwicklung eines Paradoxes gemacht. Eine sehr stärkere Anwendung, die auf die Zeit beschädigte Energien. Wir benutzen einen Paradox gegen sich, oder? Ja. Genau. Die Daten. Es existiert nicht in diesem Zeitpunkt. Oh, hey! Du hast immer noch uns. Und wir haben die Historie des Krucks. Ich wusste, dass ich dich aufhören könnte. Als du das Krystal gefunden hast, kann ich dir einen Prototypen bauen. Okay. Fangen wir an. Okay. Gut. Okay. Wenn wir drei mehr Graviton für uns, werden wir die neue Kokonunen fliegen können. Wenn wir drei mehr Gravitonfläge haben, werden wir die neue Kokonunen fliegen. Okay. Für was braucht man dann noch die anderen zwei? Für was braucht man dann noch die neue Kokonunen fliegen? Es ist bereits da. Wenn wir alle Graviton-Korren haben, haben wir die Power-Source, die wir brauchen. Mhm. Okay. Gibt's da noch was Relevantes? Gibt's da noch was? Egal, wenn wir drei mehr Graviton haben, werden wir das? Okay. Gut. Das wiederholt sich jetzt noch die ganze Zeit. Also gibt's nix Relevantes mehr für uns. Okay. Gut. Ja, dann schauen wir nochmal kurz da raus. Da vorne eigentlich auch ein Quiz-Terminal. Das ist auch Brain Blast. Das schauen wir uns aber wie gesagt ein anderes Mal an. Da gehen wir dann alle Terminals durch. Ja, da lassen sich auf jeden Fall ein paar Fragmente rausziehen. Wir gucken nochmal kurz in die Stadt, ob wir da noch was erledigen können. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir nach Neobodum zurück und suchen da den Graviton-Kerneufer. Der Typ steht immer noch da am Rand von der Map. Ansonsten hat es jetzt dann nichts weiter verändert. Von dem her gehen wir in die Chronosphäre zurück. Summen von August zur Zeit Manipulation möglich. Okay, ist in Ordnung. Wir gehen zu Neobodum. Jawohl, hierher. Das müssen wir uns nicht anhören. Da hat sich höchstwahrscheinlich nichts geändert. Dann bin ich mal gespannt, wo es hier den Graviton-Kern gibt. Vielleicht muss man auch noch... Ein Fragment wäre noch offen. Vielleicht ist es auch das fehlende Fragment, dass wir hier noch was sagen können. Ähm... Ich glaube nur noch ein Gizaugraut. Ja, lassen wir das erst mal. Cadeau steht hier rum. Ja, ist eigentlich nicht mal so eine dumme Idee. Grundsätzlich. So, hier ein bisschen Pause machen. Äh... Aber es ist interessant, denn das Ganze, was wir bisher erlebt haben, äh... hat ja doch schon länger gedauert, oder? Also ich denke, da waren wir schon ein paar Tage unterwegs. Und Neobodum sind scheinbar nur ein paar Stunden vergangen. Ja, die Kämpfe, glaube ich, können wir ignorieren. Die sind höchstwahrscheinlich nicht stärker geworden hier, die Monster. Und auch die paar Crystal-Punkte verlassen. Kann man erst mal verrichten. Ich glaube, wir hätten sowieso noch ein bisschen was zum Ausgeben, oder? Ja, ja, knapp 7.000. Da gewesen. Egal. Wahrscheinlich so ein Gizaugraut oder sowas in der Richtung. Ja, wenn die immer hinter uns spawnen, dann ist doch das in Ordnung. Ha, dann können wir uns das Choco erst mal sparen. Ja, da ist ja schon wieder der Gardeau. Oh, Mensch. Supi. Ja, ja. Schön, dass es online gut geht hier. Dass sie auch so gut gelernt sind. Noel, du stehst im Weg. So, da hätten wir auch noch einen. Mir fällt der Name nicht ein. Das ist auf jeden Fall nicht die Yu, oder? Sondern... Okay, genau. Nö. Momentan nicht. Also, du kannst einen Graviton-Kern holen. So. Okay, ich habe leider keinen kaputten Roboter dabei. Hier eigentlich irgendwas markiert. Nö. Okay. Wir müssen... Graviton-Kern noch ausfindig machen. Portale haben wir ja alle aktiviert. Es würde noch ein Fragment fehlen. Und sonst hätten wir ja hier alles... Erledigt. Und die lauern eigentlich alle immer nur so ein bisschen dasselbe. Äh, Yu würde jetzt noch fehlen. Und... Und... Ah, da haben wir auch noch jemanden. Hallöchen. Ich weiß, dass du Dinge überraschst, Sarah. Aber wir sind hier, wenn du zu sprechen musst. Und das geht auch für Noel, natürlich. Okay, okay, okay. Dann hat sich also nichts geändert. Wir sollen uns ausruhen, hat Gardeau gesagt. Können wir das irgendwie machen? Im Spiegel... Nichts mehr raus. Wir können jetzt auch nicht irgendwie schlafen im Bett oder so. Um uns auszuruhen. Okay, und ich würde sagen, bevor wir jetzt hier weitermachen, lesen wir uns nochmal kurz durch das Datenlog und durch die Fragmente, damit wir da nochmal auf dem aktuellsten Stand sind. Und zwar gibt es einmal das Brutto-Falcie-Projekt aus dem Akademie-Datennetz. Das Brutto-Falcie-Projekt wurde im Jahr 13 unter der Leitung der Akademie begonnen. Das Ziel war, einen künstlichen Falsie zu entwickeln, der Cocoon wieder schweben lassen könnte. Das Projekt wurde von Alyssa Seidel vorgeschlagen und geplant von Hope. Äh... Es ist heimgeleitet, so. Das Brutto-Falcie-Projekt wird im Turm von Augusta der zentralen Einrichtung der Akademie zur Informationsverarbeitung durchgeführt. Dann Duplikate. Duplikate sind menschenähnliche Konstrukte, die von der Akademie geschaffen wurden, indem menschliche Molekularstruktur analysiert und als Modell reproduziert wurde. Im Prinzip ist ein Duplikat die Kopie eines Menschen, die allerdings nicht so eigenständig im Denken fähig ist. Manche Molekularfunktionen lassen sich einfach nicht reproduzieren. Obwohl sie physische Körper besitzen und es militärische Modelle gibt, sind Duplikate eher so etwas wie feste, dreidimensionale Abbildungen. Deshalb können Duplikate nicht vom Netzwerk getrennt existieren. Zeitkopsel Die Zeitkopsel ist eine Maschine, die von Alyssa Seidel entworfen wurde und eine eingeschränkte Form der Zeitreise ermöglicht. Die Kopsel erzeugt ein kräftiges Gravitationsfall, durch das der Zeitfluss stark verlangsamt wird. Das hat zur Folge, dass bei Verstreichung eines Tages in der Kapsel außerhalb mehrere Jahrhunderte vergehen. Dadurch werden die Insassen der Kapsel in die Zukunft katapultiert. Ja, das ist schon heftig. Und so wie Alyssa das erzählt hat, natürlich weißt Du jetzt, wie wir uns dabei fühlen, wenn wir Zeitreisen machen. Allerdings haben wir halt die Möglichkeit, in der Zeit wieder zurückzureisen. Wie jetzt hier im Beispiel. Wir sind jetzt wieder in Neobodom im Jahr 3. Wir sind aber scheinbar so ein bisschen gealtert und natürlich auch relativ fertig von der Reise. Aber wir haben immerhin die Möglichkeit, wieder zurückzukehren. Das, was Alyssa und Hope jetzt leider nicht haben. Die sitzen jetzt im Jahr 400 fest. Und vielleicht können sie nochmal so eine Kapsel kreieren, mit dem sie halt das Gravitationsfeld wieder aktivieren können, um den Zeitfluss wieder ein bisschen zu verlangsamen in der Kapsel. Aber dennoch gibt es nur eine Richtung. Also es geht nur nach vorne, nicht mehr nach hinten scheinbar. Okay, hier gibt es noch eine zweite Seite. Allerdings kann man mit der Zeitkapsel nicht zurück in die Vergangenheit reisen. Ja genau, das ist das, was ich gemeint habe. Außerdem besteht die Gefahr, dass die Lebenserhaltungssysteme ausfallen können. Daher ist die Zeitkapsel noch als Prototyp anzusehen, der in weiteren Tests verbessert werden muss. Dann Gravitonkerne. Gravitonkerne bestehen aus sehr saltenden Kristallen. Ein Gravitonkern wurde in der 13. Auche entdeckt, wo er die zum Schweben benötigte Energie liefert. Die Energie entsteht aus der Wechselwirkung zwischen mehreren Kristallen, die in den Kern angeordnet sind. Das System liefert praktisch unerschöpfliche Energie und ist nicht auf externe Energiequellen angewiesen. Um das von Menschen gebarte Cocoon und seine große Bevölkerung schweben zu lassen, wird jedoch viel mehr Energie benötigt. Wissenschaftler haben berechnet, dass für eine stabile Levitation mindestens fünf separate Gravitonkerne erforderlich sind. Ja und sieben müssen wir insgesamt sammeln. Zwei haben wir schon, fünf brauchen wir noch. Das neue Cocoon Hope Aestheim hat ein Projekt zum Bau eines neuen Cocoons angestoßen. In einer völlig neuen künstlichen Hülle soll die Menschheit eine neue Heimat finden. Das Projekt wurde aufgrund der Annahme begonnen, dass die Kristallsäule unter dem alten Cocoon irgendwann einstürzen wird. Es gab Überlegungen, das alte Cocoon zu reparieren und wieder schweben zu lassen. Doch diese Idee wurde verworfen, weil man dafür die Falsier reaktivieren müsste, um eine kompatible Energiequelle zu haben. Die Konstruktion des künstlichen Cocoons begann im Jahr 10 und die Fertigsteuerung ist für das Jahr 500 geplant. Ja okay, ich habe ja vorhin schon mal gefragt, für was man dann nochmal ein Cocoon braucht. Ich denke, wir sind ja trotzdem alle ganz gut aufgehoben. Natürlich sind viele Monster und so weiter unterwegs, aber man sieht eigentlich, dass alle ganz gut klarkommen. Ich meine, die Paradoxe, die hier sind, haben ja eigentlich nichts mit den Monstern hier zu tun, sondern da ist was anderes dafür zuständig. Warum jetzt da so einen Mordsaufwand machen, naja, muss man nicht verstehen. Regionen und Orte. Turm von Augusta, da hört man noch was. Der Turm von Augusta ist die zentrale Einrichtung der Akademie zur Informationsverarbeitung. In dem Bauwerk befindet sich die Maschinerie einer künstlichen Intelligenz mit beispielloser Rechenkraft. Außerdem sind dort die Anlagen des Proto-Vosie-Projekts untergebracht. Ziel dieses ambitionierten Projekts ist die Konstruktion eines künstlichen Vosie. Toll, wir brauchen keinen künstlichen Vosie. Dann hätten wir noch ein paar Fragmente. Und zwar Monster-Essenzen. Einmal von Proto-Vosie, die Essenz. Der als Adam bezeichnete Proto-Vosie wurde von Menschen gebaut. In diesem künstlichen Vosie transplantierte man einige der Speichermodule des Vosie Eden, der früher Cocoon verwaltet hatte. In JS-400 griff das automatische Sicherheitssystem plötzlich die Menschen, an die es eigentlich beschützen sollte. Zum Glück gelang es der Zeitreisenden Sarah Farron das fehlerhafte System auszuschalten. Zumindest kann das aus bestimmten Quellen von unbekannter Herkunft geschlossen werden. Alles klar, dann gibt's noch die Zenobia-Essenz. Zenobia ist eine schreckenserregende Seas, die zur Gruppe der mächtigen Sima gezahlt wird. Nachdem die Trümmerstadt Harrel heimgesucht und verwüstet hatte, geriet sie in Vergessenheit. Im Jahr 400 wurde Zenobia von dem Proto-Vosie-Erem durch einen Riss in der Raumzeit beschworen und tötete die Seherin Yul. Man glaubt, dass dieser Moment gesehen und in einem Orakel aufgezeichnet wurde. Jawohl, damit hätten wir da auch wieder alles durch. Und ich würde sagen, wir machen uns dann das nächste Mal auf den Weg und suchen uns die Graubetonkerne, soweit wir auch alle finden können mit dem jetzigen Stand. Und ja, wir versuchen da einfach mal das Projekt voranzutreiben, um Cocoon wieder schweben zu lassen, beziehungsweise das neue Cocoon dann schweben zu lassen. Genau. Von dem her, der nächste Stream wird wohl am Sonntagabend sein. Und ich würde mich jetzt fürs Zuschauen bedanken und euch schon mal noch einen schönen Abend oder eine gute Nacht wünschen, je nachdem. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.